servus mein name ist marcus und heute manchmal ganz kurzes video und zwar geht es um diese app hier das ist die streamlabs deck app die gibt es für android und ios ich weiß gar nicht wie lang sie schon gibt aber ich habe sie scheinbar viel zu spät entdeckt die ist eigentlich richtig geil für streamer die nur einen monitor haben ich spring einfach mal rein dann kann ich euch zeigen warum das so ist und zwar wenn ihr dies erstmal öffnet müsst euch erst verbinden mit twitch also einmal einloggen oder eben youtube mixer was auch immer benutzt das geht für viele viele plattformen so dann seht ihr diese share funktion das wohl so ziemlich langweiligste an der app da könnt ihr einfach an freunden auf facebook whatsapp instagram twitter bescheid sagen dass sie gerade streamt whatever na ja vielleicht benutzt ja jemand ansonsten rechts daneben unten seht ihr den chat das erste nette feature da könnt ihr euch einfach in dem fall den twitch hat man einmal draufklickt anzeigen lassen das heißt wie gesagt nur ein monitor hat einfach das handy oder das tablet neben die tastatur legen und ihr könnt den chat verfolgen das ganze funktioniert auch mit den events also wenn ihr eine donation bekommt wenn euch jemand followt wenn ihr ein host bekommt das könnt ihr unten rechts auch einstellen für welche plattform das gültig ist und eben welche art von von event also ihr follow donation host könnt ihr alles einzeln an bzw auch wieder abwählen oder einfach alles stellen das aller geilste an der app ist jetzt aber die letzte funktion hier drüben das remote wenn ihr da einmal draufklickt öffnet sich die kamera das fenster hier mal zumachen da gehe ich nämlich einmal bei streamlabs obs um diesen remote zu verbinden unten in die einstellungen rein da auf fernbedienung und dann einmal auf diesen code hier dann wird der code mit der kamera vom handy eingescannt und dann habe ich hier mein magic trick dann ist nämlich komplette streamlabs mit der app verbunden und ihr könnt es fernsteuern ihr könnt also go live ihr könnt direkt los streamen ihr könnt eine aufnahme starten ihr könnt in den natürlich nicht klicken sondern am handy steuern ihr könnt in den studio modus wechseln und wieder zurück und auch zum client wechseln sorry zum client ist natürlich das nur das beispiel ihr könnt die szenen wechseln szenen wechseln und eigene quellen deaktivieren was gab mit dem bild und wieder einschalten und auch so sachen eben wie sound an minuten minuten und wenn es länger gedrückt halt wenn es länger gedrückt haltet auch die lautstärke ändern das war es jetzt eigentlich auch schon von den funktionen ist es irgendwie umfangreich und doch simpel und ich denke da brauchen wir es ja auch nicht noch länger in die länge zu ziehen ihr versteht um was es geht nette spielerei und vor allem eben wie gesagt eine coole sache für leute die nur einen monitor haben ja wir sind am ende des videos das handy macht faxen habt einen geilen tag reingehauen 3 0 0 0 0 0 0 1